Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 252. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Hat sich wieder ganz schön was angesammelt, aber vergangenes Wochenende war einfach nicht genug zu erzählen. Deswegen habe ich das dann auch gleich sein gelassen. Wir waren am vergangenen Wochenende gleich auf vier Weihnachtsmärkten. Wir hatten Besuch und haben gesagt, da drehen wir jetzt mal völlig auf und gucken uns mal so viel wie möglich an. Wir sind unter anderem nach Glücksburg gefahren. Glücksburg, das ist ja in der Nähe von Flensburg und sehr, sehr hübsch. Also so ein Schloss und da auf dem Schlosshof, da gibt es dann immer einen Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, mit Wurstbratereien. Wir hatten etwas, wo sich meine Frau sehr drüber gefreut hat, Pfaffenglück. Das ist einfach ein Hefeteig mit Gedöns drauf. Und ich habe nach gut 20 Jahren mal wieder heißen Apfelwein getrunken. War großartig. Also wirklich ein schönes Ding. Ein Weihnachtsmarkt, der sich echt lohnt. Man muss allerdings Eintritt dafür bezahlen. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber es war relativ überschaubar. Danach sind wir noch nach Flensburg mehr aus Jux rübergefahren, weil wir halt sowieso in der Gegend waren. Und das ist halt der klassische Innenstadt-Weihnachtsmarkt, wo wir ein bisschen rumgebummelt sind, haben heiße Schokolade getrunken. Also der ist schön, aber halt jetzt auch nichts Außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Und Samstag dann sind wir nach Dänemark rausgefahren, nach Tönder. Da waren wir jetzt schon ein paar Mal und wir hatten, das war ein Trip, den wir auch schon mit Abby gemacht haben. Und diesmal hatten wir noch mehr Pech mit dem Wetter als letztes Mal. Es war kalt und einfach usselig und hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Leider, es waren auch gefühlt ein bisschen weniger Buden da als letztes Mal. Und die haben da echt die Burgersteige um 17 Uhr hochgeklappt. Das heißt, wir hatten auch keine Zeit mehr für den Hotdog, weil wir nämlich noch da im Klostercaféen gesessen haben und Kuchen gegessen haben. Das war super. Aber ich hatte mir vorgenommen, noch einen Hotdog zu essen. Und das hat dann nicht mehr geklappt, weil die schon zu hatten. Naja, deswegen haben wir aber dann noch kurz den Husumer Weihnachtsmarkt mitgenommen und haben uns da noch einen kleinen Snack geholt. Fotos von dem Ganzen wollte ich eigentlich machen, habe ich aber irgendwie vergessen. Und entsprechend müsst ihr euch das jetzt halt vorstellen. Dann ist jetzt endlich der Fahrplan so halbfertig für den Kongress. Also ich werde ja auch in diesem Jahr, organisiere ich ja wieder die Bühne mit vom Sendezentrum, wo wir also Live-Podcasting auf der Bühne vor 300 bis 400 Leuten machen, je nachdem wie wir es bestuhlt kriegen. Und da haben wir jetzt also Version 0.1, soweit online, Stand heute, 20. Dezember. Da gibt es noch so ein bisschen Restabstimmungsbedarf. Da muss man mal gucken. Also irgendwo muss ich da noch einen Slot schaffen, weil wir gerade einen Podcast mehr haben, als wir Zeit haben. Tatsächlich, das ist so ein bisschen schwierig, aber finden wir schon. Dann kommt alles hoffentlich jetzt übers Wochenende zusammen. Und dann ist ja was saublödes passiert. Das hatte ich auch geschrieben diese Woche. Meine heiß geliebten Bluetooth-Kopfhörer haben das Zeitliche gesegnet. Die habe ich jetzt seit etwas mehr als drei Jahren im täglichen Dauereinsatz. Und jetzt ist da auf der einen Seite etwas abgebrochen, beziehungsweise durchgebrochen. Und die eine Hörmuschel, die hängt jetzt nur noch an dem Kabel. Das hält alles nicht mehr auf den Kopf. Die kann ich nicht mehr benutzen. Die kommen jetzt also weg. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich die echt gemocht habe. Die waren wirklich, wirklich gut und haben mich sehr, sehr viel begleitet und buchstäblich überall hin. Und vor allen Dingen ist es halt auch einfach super ärgerlich, weil ich, also natürlich habe ich hier genug Kopfhörer rumliegen, um durch den Tag zu kommen. Nur die haben halt alle ein Kabel. Und mir war ja überhaupt gar nicht mehr klar, wie unfassbar nervig Kabel sind. Und vor allen Dingen, ich habe halt dann jetzt In-Ear-Kopfhörer benutzt, die, also jetzt auch nicht so richtig, diese klassischen In-Ears, die gehen ja richtig in den Gehörgang rein. Die mag ich nicht. Sondern ich habe dann halt solche, diese Knöpfe halt, die so ähnlich wie jetzt hier die von Apple aussehen, vom Design her, die man sozusagen in die Ohrmuschel einhängt. Und also, ja, wie gesagt, erstmal ist das Kabel ständig im Weg. Das habe ich dann irgendwann so unter dem Pulli durchgeführt, damit ich da nicht zumindest immer nicht mit den Händen dran hängen bleibe, wenn ich mich irgendwie bewege oder wenn ich meine Umhängetasche ausziehe. Das war alles, also das hat mich einfach mega genervt. Und vor allem ist ja, mir war gar nicht mehr klar, wie laut das draußen ist, wie unfassbar nervig Menschen sind. Also, Klassiker, wir haben in Husum am Bahnsteig, da ist so ein Wind- und Regengeschützter, ja, so ein Verschlag aufgebaut, wo man halt irgendwie Bänke drin, ein paar Glasfände drumherum, ist genauso kalt wie draußen, aber weht halt der Wind nicht so ran. Da sitze ich halt manchmal, wenn ich zu früh am Bahnhof bin oder wenn mein Zug Verspätung hat, was irgendwie korreliert. Das eine ist ein Euphemismus, für das andere ist euch vielleicht aufgefallen. Und das war bisher, habe ich das eigentlich immer als völlig okay empfunden und saß da immer mit meinen Kopfhörern, hab Podcast gehört und das habe ich jetzt dann auch diese Woche gemacht. Und neben mir saß jemand und hat was aus einer Brötchentüte rausgeraschelt und alter, das war unfassbar laut. Das war mir überhaupt gar nicht klar. Genauso irgendwelche Zugbegleiterinnen, die sich über den Bahnsteig hinweg frohe Weihnachten gewünscht haben. Natürlich mit einer entsprechenden Lautstärke, weil sie ja irgendwann eine gewisse Distanz überbrücken mussten, aber ich habe auf einmal den Podcast nicht mehr verstanden. Sprich, ohne die Bluetooth-Kopfhörer musste ich meinen Podcast, meine Lautstärke viel höher drehen als ohnehin schon. Und das war dann das nächste Nervige. Aber, muss man ja fairerweise auch mal sagen, es gibt ja auch einfach eine ganze Menge Ehrenleute da draußen in diesem Internet. Es haben sich also sofort Leute gemeldet, die einerseits gesagt haben, wenn du was Neues suchst, hier ist eine gute Empfehlung. Dass die also gesagt haben, hey, also mit den Kopfhörern, also Transfish zum Beispiel hat die Soundcore-Bluetooth-Kopfhörer empfohlen und Willi sagte was von Sennheiser. Das verlinke ich euch mal in den Shownotes. Das fand ich ja schon großartig genug, aber dann gab es auch tatsächlich die Leute, die gesagt haben, hey, ich habe hier noch Kopfhörer rumliegen, kannst du ja haben. So, und da war halt irgendwie ein paar In-Ear-Kopfhörer dabei von Andi, hey, super, aber habe ich ja selber, brauchte ich nicht. Und dann kommt Demon, Ehrenmann, der sagt, ich habe hier ein Markenprodukt rumliegen, das ich nicht mehr brauche, schicke ich dir. Sagt die Adresse, komm drüber. Und zack, die waren auch irgendwie zwei Tage später da. Und jetzt habe ich neue Kopfhörer und ein, also wirklich, ich bin immer noch komplett geflasht davon, wie großzügig Demon da war. Und ich, also ich, da fehlen mir wirklich die Worte. Hammer, 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 Hammer. Achso, und dann Stichwort Großzügigkeit fällt mir gerade noch eine Story ein. Ich war bei der Seehundstation in Friedrichskog und habe da berichtet über einen Termin, den der, also das Ding wird umgebaut. Also das ist halt so, in Schleswig-Holstein gibt es halt eine Einrichtung, in der zentral alle Heuler gesammelt und aufgepäppelt werden. Also wenn irgendwo ein verwaister Seehund, eine verwaiste Kegelrobbe entdeckt wird und die nach bestimmten Kriterien also eindeutig keinen Kontakt mehr zu den Elterntieren hat, dann kommt ein Seehundjäger, der das Tier untersucht. Und wenn das eben überlebensfähig ist, also sprich, wenn es nicht so krank oder so verletzt ist, dass man es erlösen muss, dann packt er das Vieh ein und fährt dann mit nach Friedrichskog in diese Seehundstation. Und das Ding muss jetzt mal modernisiert werden, wird ziemlich umfassend umgebaut in den nächsten zwei Jahren und da war jetzt also der offizielle Baubeginn und darüber habe ich einen Bericht gemacht. Und dann waren wir also so in so einem Raum, wo wir dann zum Schluss nochmal irgendwie zusammenstanden und nochmal Gelegenheit hatten, uns die Entwürfe der Architekten anzugucken und so weiter und so fort. Und in diesem Raum steht eben eine Spendendose, wo man einfach im Vorbeigehen Geld einschmeißen konnte, um die Arbeit der Station zu unterstützen, weil die sich halt finanzieren aus Eintrittsgeld und Spenden und Förderbeiträgen und sowas. Das passiert auch viel ehrenamtlich und von daher, die tragen sich im Wesentlichen selbst so. Und das kann man also unterstützen und die Spendendose, da steht, die ist kaputt. Und daneben steht ein Aufsteller, ein kleines Schild, wo draufsteht, dass die Spendendose also jetzt in den vergangenen Monaten mehrfach aufgebrochen und geleert wurde und dass sie deswegen die Spenden jetzt an der Kasse sammeln. Davon habe ich ein Foto gemacht und das rausgetwittert mit dem Hinweis, dass Menschen zum Kotzen sind. Und wenige Minuten später gab es also mehrere Leute, die geschrieben haben, ja, ich habe da mal was hingespendet mit PayPal und so weiter. Und jetzt wurde mir also zugespielt eine Dankes-E-Mail von der Seehundstation, die also geschrieben haben, dass aufgrund meines Tweets und des Retweets von Tobias Migge sich mehrere Leute bemüßigt gefühlt haben, dahin zu spenden. Und dass sie sich einfach wahnsinnig darüber gefreut haben. Das war überhaupt gar nicht meine Intention, das wollte ich gar nicht. Aber ich finde es unfassbar geil, wie sowas einfach mal passiert. Ja, dann habe ich diese Woche es tatsächlich geschafft, Star Wars zu gucken, Episode 9. Es fällt mir ein bisschen schwer, über diesen Film zu sprechen, ohne Spoiler. Episode 9 ist jetzt also das Ende der Star Wars Saga, wie wir sie kennen. Also die, das drehte sich ja eben um Luke Skywalker und seine Familie und den erweiterten Bekanntenkreis, so möchte ich es mal nennen. Und die ursprünglichen drei Filme waren ja Episode 4 bis 6. Und George Lucas hat irgendwann mal gesagt, dass es in seinem Kopf schon immer als eine Trilogie angelegt war, die in sich nochmal aus drei Trilogien besteht. Und dass es also mit der damaligen Technik nicht so darstellbar war, wie er das haben wollte. Wie er das haben wollte, haben wir dann bei den Episoden 1 bis 3 gesehen. Das ist ein Greenscreen-Fest, das ja so ein bisschen seelenlos war. Aber naja. Und dann kamen ja die Episoden 7, 8 und jetzt eben auch 9. Und ich habe jetzt meine Rezensionen zu den Folgen zu den Episoden 7 und 8 nicht mehr nochmal nachgehört. Aber ich erinnere mich, dass ich zumindest bei Episode 7 total begeistert davon war, dass sie da gefühlt weniger Greenscreen einsetzten, wo es nicht unbedingt notwendig war. Ja, Episode 8 war nochmal irgendwie so ein bisschen komisch. Und jetzt kam dann wieder Episode 9 von J.J. Abrams, der ein paar Sachen nochmal mit Episode 8 aufräumen musste. Offenbar. Ja, und also ich bin tatsächlich ein bisschen indifferent, was diesen Film angeht. Einerseits fand ich den total großartig, also es sah einfach toll aus, von vorne bis hinten. So, die Effekte waren super. Es gab offenbar eine Menge, also die, oder einige Figuren, Aliens, die da aufgetaucht sind. Es war eben nicht alles CGI und Motion Capture, sondern es waren halt auch wirklich Puppets und so. Allein das ist schon toll. Und auch, dass sie eben sichtbar Leute über eine Soundstage laufen lassen und da explodieren wirklich Sachen. Auch das mag ich ja total gerne, dass sowas dann nicht auch noch animiert ist. So, dass der Hintergrund, dass das irgendwo anders herkommt, ist meine Güte, geschenkt. Aber so, die Action im Vordergrund, dass die halt wirklich passiert mit Stuntleuten und mit den Schauspielern. So, sowas finde ich total geil. Und dafür liebe ich diese Filme tatsächlich sehr. Was mir an Episode 9 auch aufgefallen ist, und zwar zum ersten Mal wirklich bewusst, wie unfassbar großartig das Sounddesign ist. Also, wirklich irre, der Einsatz von Musik und aber auch von Geräuscheffekten, der ist wirklich, wirklich großartig, weil es dann irgendwie so Stellen gibt, wo man einfach mal ganz subtil so das Atmen von Darth Vader hört. Obwohl der natürlich überhaupt gar nicht da ist, sondern es ist einfach, es unterstützt eine Erinnerung an ihn. Aber auf eine ganz, ganz subtile Art und Weise, es ist einfach, es fügt sich richtig auch in die musikalische Atmosphäre da ein. Es ist gerade so stark zu hören, dass man es wahrnimmt und dass man merkt, oh, Hallöchen. Aber das ist es dann auch. Und sowas, das fand ich total großartig. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem, was mir weniger Spaß gemacht hat. Und das war leider der Inhalt. Wie gesagt, es fällt mir sehr schwer, da ohne Spoiler von zu erzählen. Ja, ach komm, ich spoiler das auch nicht. Konstant auf einer Schnitzeljagd. Sie sind immer auf der Suche nach irgendeinem Teil. Nach irgendwas, das sie jetzt brauchen, um einen Schritt weiterzukommen. Das ist dann mal irgendein Gegenstand, den sie brauchen. Dann ist das ein Mitstreiter, der auf einmal weg ist und gerettet werden muss. Dann ist das wieder der nächste Gegenstand. Und der bringt dann einen Hinweis darauf. Und dann müssen sie dahin und, und, und. Und was dann, und das lösen sie halt im Wesentlichen dadurch auf, dass sie halt permanent, also es ist wirklich so, der Film geht los mit ausweglose Situation Nummer eins, Deus ex machina. Ausweglose Situation Nummer zwei, Deus ex machina. Ausweglose Situation Nummer drei, nein, das habt ihr nicht wirklich gemacht, seid ihr bescheuert. Ah, falsche Fährte, okay. Ausweglose Situation Nummer vier und so weiter und so fort. Und bis wir dann irgendwann an dem Punkt der finalen großen Schlacht sind, die dann auch auf mehreren Ebenen mit unterschiedlicher Beteiligung stattfindet und so weiter. Blablabla. Und das, ah, das, so, das zieht sich einfach so ein bisschen. Und mir fehlen dann auch einfach irgendwelche Punkte. Also, ähm, das ist, glaube ich, jetzt nicht so der, der Riesenspoiler, ähm, ganz am Ende ist natürlich die große epische Raumschlacht und, äh, da gibt es so einen, so einen Moment wie, wie Gandalf, äh, über den, über den Hügel reitet mit der, mit der großen Reiterschlacht, äh, um dann, ähm, da die, was war das denn, Helms Klamm oder was, für sich zu entscheiden. Und so eine ähnliche Kiste haben wir da auch. Was mir aber in dem Film, in Star Wars fehlt, genauso wie übrigens bei Herr der Ringe, in einer ähnlichen Situation, ist eben, wie kriegen die es denn, wo kommt diese, diese, wo kommt diese riesige Verstärkung denn her? Was ist das denn? So, das, das wird überhaupt gar nicht erklärt. Die sind auf einmal einfach da, in einer ausweglosen Situation, um das nur kurz noch mal. So. Ähm, insofern, also, ich, ich wollte den Film wirklich mögen. Und ich glaube, ich mochte ihn eigentlich auch grundsätzlich. Es waren halt einfach so ein paar Details, wo ich im Kino saß und dachte so, ach Leute, ernsthaft, das war doch jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber vielleicht muss ich den auch noch ein, zwei Mal gucken. So, was, was der Film hat, ist eine ganze riesengroße Menge Fanservice und, und viele, viele Sachen, die einfach aufgegriffen werden, die, ähm, die in allen Filmen irgendwie bisher eine Rolle spielten oder auch einfach so, so Details, ne? Dass also wieder irgendjemand sagt, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. So, das war bisher in allen Filmen irgendwie drin. Und das kommt auch diesmal wieder. Ähm, wir sehen, äh, ganz viele alte Bekannte und, ähm, auch, also ich fand's zum Beispiel tatsächlich total schön, dass, äh, äh, das Layer nochmal wieder da war. Ähm, ähm, die Szenen mit Carrie Fisher, die waren ja schon gedreht. Wenn ich's richtig verstanden habe, schon war das irgendwie Material, was aus Episode 7 noch übrig war oder Episode 8, keine Ahnung. Ähm, ähm, so, das haben sie da nochmal benutzt, ja, mit Einverständnis der Familie. Das fand ich schön. Ähm, weil wir so, ähm, die ganze alte Garde nochmal gesehen haben. Ähm, ja, ach, ich weiß auch nicht. Guckt euch den Film an. Ich glaub, dass, also, ja doch, ich, grundsätzlich mochte ich den Film. Es war halt einfach in ein paar Details, äh, wo ich so gedacht hab, ja, Gott, hätte, hätte nicht unbedingt sein müssen, weil mir dann auch ein paar Gags zu flach waren und so. Aber was ich ganz vergessen habe, was, vor dem Film waren einfach noch ein paar, paar lustige, äh, Geschichten. Das war also ein, ein sehr langer Werbeblock vorher, wo ich einfach auch irgendwie dann im Nachhinein gedacht hab, Mensch, also, weil ich, ich war tendenziell einen Tick zu spät am Kino, ähm, und dann kam halt dieser wahnsinnig lange Werbeblock. Und ich dachte so, ja, okay, also, und ich hatte dann irgendwie noch geklingelt, man kann da am Platz was bestellen, ähm, und kann sich da was bringen lassen, betrifft aber nur, äh, Getränke. Ich hätte eigentlich gerne noch Nachos gehabt, weil ich noch nichts zum Abendessen hatte und, äh, das bringen sie halt nicht am Platz. Und anstatt ich einfach aufstehe und sage, ja komm, Werbung brauche ich jetzt sowieso nicht und hol mir das, bin ich halt sitzen geblieben und war dann irgendwie total unzufrieden, weil es um mich rum auch sehr nach, nach, äh, dieser Salsa-Soße gerochen hat, die sie mit den Nachos, äh, mitbringen. Aber, äh, unerheblich, denn so hab ich zumindest zwei Werbespots gesehen, äh, die, die großartig waren. Zum einen irgendwie was, was von der Telekom, die, äh, dann in dem, in dem Werbespot erzählen, wie, was sie für einen Riesenaufwand treiben, damit jeder dabei sein kann, Hashtag dabei und wir bauen das beste Netz und geben erst auf, wenn jeder was hat und das halt in Nordfriesland, beziehungsweise an der schleswig-holsteinischen Westküste insgesamt. Ähm, das ist halt schon irgendwie, so, da kann man schon mal drüber kichern, äh, also wir haben doch noch eine Menge Funklöcher, ähm, die, es gab ja so eine Erhebung von der Bundesnetzagentur, äh, wo Funklöcher, ähm, aufgezeichnet oder aufgezeigt waren, ähm, die, die da gemessen worden sind. Und ja, es gibt hier, also, es gibt noch eine Menge zu tun für die Leute von der Telekom, ähm, und die andere Werbung, das war, das war noch schöner, ähm, Captain Morgan, ähm, so ein, äh, dieser Billow Whisky oder was das da ist, ähm, so, der, der Spot war eigentlich ganz, ganz hübsch, äh, weil sie irgendwie, äh, war irgendwie eine, äh, Party, und, äh, da steht also dieser Piraten-Captain, äh, der muss immer zur Tür gehen und macht dann auf, und da steht dann irgendwie, was weiß ich, ein Flugkapitän und dann begrüßen sie sich mit Captain, Captain, und, äh, dann kommt der Captain von der Football-Mannschaft und so weiter und so fort, das ist tatsächlich irgendwie ganz witzig, ähm, und dann am Schluss blenden sie dann ein, so, hier Captain Morgan, jetzt auch mit Spekulatius-Geschmack und wirklich komplett das ganze Kino, äh, und danach natürlich entsprechend Gelächter, weil wirklich so eine, so eine Welle von, äh, durchs Kino ging, das war fantastisch, ja, allein dafür, ähm, das möchte ich dann immer mal gerne ins Kino gehen, weil ich das, äh, dann doch irgendwie ganz gut finde. Ich habe was gefunden in diesem Internet, ähm, das ich, äh, tatsächlich ganz hübsch finde, und zwar, äh, habe ich das, glaube ich, bei Anke Gröner im Blog gesehen, ähm, es gibt etwas, das heißt Tausend Fragen an dich selbst, ähm, ähm, und da soll man irgendwie was über sich selbst erfahren, indem man, äh, darüber nachdenkt, bla, 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 ähm, und ich habe mir überlegt, äh, ich habe also, bevor ich diese, diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich, äh, ins Internet geschrieben, dass Leute mal Zahlen zwischen eins und tausend sagen sollen, immerhin zwei haben sich gemeldet, und zwar, äh, Thomas und Nico, Thomas hat sich ein bisschen vertan, hat minus eins geschrieben, ich werte das dann mal als eins, und von Nico kommt die 27, und ich werde jetzt einfach, ähm, aus dieser Liste von, ähm, tausend Fragen, ähm, die beiden auswählen, ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt öfter, ähm, bis ich diese tausend Fragen durchhabe, aber weil ich euch ja kenne, und weil ihr scheiß Trolls seid, äh, werde ich von heute an, äh, dann, äh, einen Zufallsgenerator anschmeißen, also sprich, äh, die, die Frage an die Follower, äh, die wird, ähm, äh, stelle ich nur heute, und ansonsten benutze ich einen Zufallsgenerator, und ich habe mir die Freiheit genommen, äh, die Fragen von vornherein auszuschließen, die mir zu persönlich sind, ich habe das früher häufiger erwähnt, als ich das heute tue, aber ich erzähle euch nicht alles, so, und es gibt ein paar Fragen in dieser Liste, die ich nicht beantworten werde, egal, wie, wie, äh, häufig sie aufgerufen werden, so, also Frage 1 ist, wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal getan? Und das ist tatsächlich schwierig, weil ich das so aus dem Kopf gar nicht beantworten kann, wann habe ich denn was zum ersten Mal gemacht? Also, da fällt natürlich, äh, irgendwas kochen raus, also wenn nur, also, gut, ich habe jetzt zum ersten Mal einen, äh, Beluga-Linsen-Curry gekocht mit Süßkartoffeln, yay, das, das, ähm, ist mir irgendwie zu unspektakulär. Was habe ich denn zum ersten Mal gemacht? Also, es ist auf jeden Fall schon ziemlich lange her, dass ich irgendwas zum ersten Mal gemacht habe. Na gut, also, streng genommen könnte man dann sagen, ja, gut, ich habe zum ersten Mal den Weihnachtsmarkt in Glücksburg besucht, ne, das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann war das also letzte Woche. Und Frage 27, kaufst du oft Blumen? Naja, also, äh, also eigentlich nicht. Das ist, ähm, weil wir, also, sowohl die Herzdame als auch ich haben den schwarzen Daumen, äh, alles, was wir an Pflanzen bisher gekauft haben oder geschenkt bekamen, ähm, das hat hier nicht besonders lange überlebt. Und gar nicht mal aus, aus böser Absicht, sondern einfach, weil wir beide so trottelig sind, äh, und das einfach vergessen, die zu gießen. Oder weil wir die irgendwo, weil wir die zu viel gießen hatten wir auch schon, äh, oder die hatten dann den falschen Standplatz und, ähm, sind dann deswegen eingegangen, weil da zu viel oder zu wenig Licht war, weil es zu warm oder zu kalt war. Und das sind alles so Sachen, äh, ne, ähm, und also die Blumen, die ich kaufe, die gibt es immer zum Jahrestag. Ähm, ich habe relativ früh damit angefangen, zu unserem, ähm, zu unserem Beziehungsjahrestag sozusagen, da bekommt meine Frau so viele rote Rosen, wie wir Jahre zusammen sind, also zehn in diesem Jahr. Und zum Hochzeitstag bekommt sie so viele weiße Rosen, wie wir verheiratet sind. Das waren dann jetzt also fünf. Und gerade kommt noch die Frage von Sascha mit Nummer 737. An welchem Kurs möchtest du gerne teilnehmen? Ja, das ist eine, eine Frage, ähm, tatsächlich hatte ich jetzt wieder die Volkshochschule, ähm, Homepage mal, mal auf und, ähm, mich lässt ja dieses Ding nicht los, irgendwie nochmal eine Sprache lernen zu wollen. Ähm, ich habe mit meinem Holländisch-Sprachkurs, äh, ja, gesehen, dass, ähm, also, ne, ich, ich lerne Dinge ungern, so, ich, weil, so dieses, diese Energie fehlt mir einfach, äh, sich hinzusetzen und zu sagen, äh, okay, ich, ich verfestige das Ganze, äh, noch mit irgendwelchen, ähm, Übungen zu Hause, ne, Hausaufgaben machen war noch nie mein Ding. Und entsprechend habe ich also, als ich im Holländisch-Kurs bei der VHS war, ähm, da habe ich halt in den Stunden das getan, was wir da getan haben und das hat auch einigermaßen funktioniert. Aber, ähm, das dann nochmal zu Hause zu üben mit so einer CD oder irgendwas, das habe ich halt nie gemacht, ähm, und, ja, das hat dann nicht so richtig verfangen. Insofern, ähm, also, ich hätte eigentlich Bock auf Dänisch, weil wir relativ regelmäßig, also, wir fahren häufiger nach Dänemark als nach Holland. Insofern gäbe es da ein bisschen mehr, ähm, mehr, mehr Möglichkeiten. Hätte auch wahnsinnig Bock, Pladdeutsch zu lernen, ähm, weil das einfach, weil ich das schön finde und weil ich auch gemerkt habe, dass es, ähm, Türen ganz anders öffnet. Wenn du irgendwo hinkommst und kannst platt, dann, dann reden die Leute anders mit dir. Ähm, und das wäre halt dienstlich auch ganz, ganz hilfreich. So. Fände ich gut. Ähm, ähm, andererseits, ähm, ich weiß nicht. Also, das wären, ja doch, das wären so die beiden Sachen, auf die ich grundsätzlich Lust hätte. Wir wollen auch wieder einen Tanzkurs machen. Weil uns das auch viel Spaß gemacht hat und weil wir es gerade zeitlich beide nicht hinbekommen. Also, es gibt eine Menge Kurse, die, die da, ähm, in Rede stehen könnten. Na gut, so viel erstmal für das. Ähm, wie gesagt, die, die Liste, ähm, mit den tausend Fragen, die verlinke ich nochmal. Das ist ein PDF. Ähm, wer da selber mitspielen möchte, der kann das ja gerne tun. Und in den nächsten Folgen frage ich dann lieber den Zufallsgenerator. Und, ja, zum Ende, ähm, möchte ich dann noch kurz drauf hinweisen. Ihr habt's wahrscheinlich gemerkt, wir haben mehrere Podcast-Episoden veröffentlicht. What's in your pants kam am Dienstag, vergangene Woche Freitag, äh, oder so, war, äh, war Nord-Süd-Gefälle-Tag. Und Anfang der Woche kam eine neue Folge Hashtag Gastini raus. Dazu findet ihr jeweils die Links in den Shownotes zu dieser Episode. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert, oder bis wir uns hier im Podcast wiederhören, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Schöne Weihnachten auf jeden Fall. Denn vor Weihnachten passiert hier nichts mehr. Und ich wünsche euch auch einen hervorragenden Rutsch ins neue Jahr. Denn die nächste Folge wird erst nach dem Kongress erscheinen. Wahrscheinlich irgendwie, ja, was heißt wahrscheinlich, also sehr sicher in der ersten Januarwoche. Und da geht's dann hauptsächlich um den 36 C3. Tschüss!